hallöchen herzlich willkommen zur zweiten folge fifa 20 heute mit dem bundesliga auftakt zu hause gegen den fc augsburg wir haben ja in der letzten folge noch schnell jérôme boateng dazu gekauft weil uns jetzt für acht wochen erst mal unser neu einkauf ginter fehlen wird und ja wir gehen noch mal kurz in den presseraum vor dem spieltag und schauen mal was genau und schauen mal was hier die was die presse für fragen an uns hat nach dem supercup sieg von borussia dortmund gehen die fans mit dem großen erwartung in die saison wie wirkt sich das auf das erste liga spiel aus der kader ist stark wir haben einen starken kader erst sogar stärker als ich dachte das wird eine spannende und hoffentlich auch eine erfolgreiche saison ist die meisterschaft dieses jahr drin als eine interessante frage jeder spieler will meister werden wir sind gut genug um das ziel zu erreichen wollen alle titel gewinnen wir wollen jeden wettbewerb gewinnen an dem wir teilnehmen aber auch die liga das sind große worte bislang waren sie auf dem transfermarkt sehr aktiv sieben abgängen gibt es bereits müssen wir uns vom ende des transferfensters noch auf weitere nutzugänge einstellen wir bauen ein siegerteam auf wir wollen ein siegerteam zusammenstellen da können wir nur spieler gebrauchen die wissen dass sie von immer absolute top leistung erwartet werden damit sind wir am ende der pressekonferenz ich bedanke mich bei allen starke worte von unserem trainer würde ich sagen also breite brust geht es hier voran 82er mannschaftsschnitt haben wir aktuell das sieht auch ziemlich gut aus und jetzt gegen den fca wollen wir natürlich noch mal eine topleistung anrufe abrufen vielleicht kriegen wir es sogar hin ja direkt mit einem dicken sieg zu starten also ich hätte mal bock auf wirklich was hohes um direkt mal klar zu machen wer hier der platzhirsch ist in der mannschaft beziehungsweise nicht in der mannschaft in der liga und damit geht es bald los jerome macht sich schon mal warm unser neuzugang und da ist es das stadion vom borussia dortmund der signal iduna park eine schöne choreo von den fans da kommen die spieler auf den platz ja da hängt die fahne vom borussia saisonauftakt spieltag nummer eins fc augsburg zu gast bei borussia dortmund wir sind gespannt was wir heute für ein fest erleben werden oder auch nicht das weiß man natürlich nicht bei leichtem regen da werden wir natürlich versuchen hier alles zu geben und natürlich den ersten dreier der saison einzufahren wir fangen an mit der nummer eins roman bürki jirom bürateng mats hummels und akanji witzel brandt asha fakimi und hasar links reuss rechts sancho und vorn auf dem pin natürlich unser chiro immobile da ist der handcheck zur zeiten von corona wird das glaube ich jetzt erst mal so nicht geben genau wie das volle stadion das macht sich fertig schiro an der mittellinie ist bereit für den anstoß wir werden noch mal kurz eben unsere einstellung machen ja komm offensiv reicht würde ich sagen oder ja offensiv reicht wir machen offensiv offensiver außenverteidiger nein offensiv offensiver außenverteidiger vorstöße an der seitenlinie und team pressing machen wir auch noch an und damit sollten wir eigentlich den fc augsburg im griff haben schöner doppelpass und da wird geklärt zur ecke oder war es ein einwurf es war eine ecke witzel kommt aber nicht an den ball langer geschlenzter ball von hasar naja ging aber doch ein ganzes stück dran vorbei er hat nicht viel schnitt er hat nicht viel schnitt hinter dem ball bekommen aber trotzdem schon mal die erste chance schön gesehen und da ist das ding in 1 zu 0 1 zu 0 jadon sancho überragend gespielt von dort und ball unter pressing wieder abgejagt immobile sieht den besser stehenden sancho und der muss das ding eigentlich nur noch einschieben wunderbarer spielzug 1 zu 0 siebte minute jadon sancho frühes pressing wieder hier hakemi presst den ball nach vorne sancho zeigt schon an und da ist es da ist es wunderbar durchgelassen uneigennützig von chiro immobile und reuss muss den ball am langen post nur noch einschieben schön drüber gesprungen da sieht man es gleich noch mal wunderbar drüber gesprungen drei mann auf sich gezogen und reuss steht am letzten pfosten mutterseelen alleine muss das ding nur noch in die maschen hauen das freut sonny in der zehnten minute drei minuten später zum 1 zu 0 das lässt sich sehen und er schlägt sich aufs logo auf die brust auch hier wieder kein problem diesen ball abzufangen hakemi wieder zweiter pfosten wieder marco reuss wieder tor wunderbar das ist hier ein trainingsspiel die augsburger sind total überfordert überhaupt kein stellungsspiel das war natürlich auch wunderbar gemacht kurzer pfosten ist frei und der marco reuss muss nur noch einschieben 30 14 minuten das riecht nach einem debakel meine damen und herren ei 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 und das 4 zu 0 giro immobile schöner ball in die spitze von sancho und sancho macht den schritt nochmal nach rechts um die kurze seite aufzumachen wunderbar wieder keine chance keine chance vierte vier zu 0 achtzente minute meine güte immobile holt sich den ball wieder wieder wunderbar da hat er zu lange gewartet da hat er zu lange gewartet ascha fakimi aber ball direkt wieder ja da nimmt er den vorteil und gelbe karte fakimi doch ein bisschen ein war doch ein bisschen rüde das eingestiegen da war der ball weg oh da darf er sich nicht beschweren 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 wieder der vorstoß sancho aber er kommt da nicht durch und boateng mit aller ruhe erklärt er den ball sie stehen aber auch gut ah kanji und der seitenwechsel hasa 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 hat platz ball durchgesteckt zweiter pfosten aber da wollten sie ihn wieder in szene setzen den captain und wieder den ball abgefangen wunderbar boateng bringt sich richtig gut ein sancho zeigt an sancho ist durch sancho 5 zu 0 jayden sancho was für ein debakel hier für den fca augsburg ja ball ist weg ball ist weg schön die außen gesehen ball geklärt oh witzel mit einer kleinen schwelle aber holt sich den ball ah nein er stört er stört nur aber hakimi hat den ball hakimi hat den ball sicher witzel wieder im aufbauspiel sieht ihn laufen aber zu lang hasa im vollsprint aber oh das wärs jetzt noch gewesen jürgen jürgen wunderbarer pass aber nicht entgegen gekommen wo und er gibt elf meter gibt der elf meter gelbe karte nein nein es war für die grätsche ja es war für die grätsche freistoß oh 17 metern gute torentfernung abgefälscht mauerstand gut sancho orientiert sich schon mal nach vorne torwart faustet brand auf dem weg zum ball und schnelles umschaltspiel nein nein tatsächlich die torchance für andere hahn wunderbarer kopfball von immobile sancho lesprallen hakemi aber er kommt einfach nicht durch das ist auch ein bisschen zu einfach wie sich das vorstellen und halbzeit halbzeit hier im signal iduna park 5 zu 0 quirlig im angriff jaden sancho drei schüsse aufs tor ne drei schüsse zwei tore zwei schüsse aufs tor und die waren drin meine damen und herren liebe freunde liebe zuschauer ähm wir werden hakemi jetzt auch einmal austauschen ich würde sagen ja wir bringen wolf für hakemi und ähm ja boateng lassen wir noch drin boateng lassen wir in seinem debüt noch drin und damit geht es weiter in der zweiten halbzeit wo ist ja dortmund gegen den fc augsburg wahaa kanji steht da wie eine 1 und roy ist mit der übersicht auf wolf wolf steckt ihn durch im richtigen moment nein es war doch abseits das würde ich aber gerne nochmal sehen ah ja doch ok 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 doch der spieler stand voll drin schöner kopfball schöner aufbau wolf mit der flanke oh was war das freistoß gelbe karte jawohl ich hab's gar nicht gesehen ja hat er den wolf am strafraumeck weg geholt ach ich dachte es gibt jetzt noch freistoß also er hat die torszene tatsächlich durchlaufen lassen hat nur das faul geahndet ok nein 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 was ist denn heute mit haaren los der jagt ihn ja jedes mal auf die haupttribüne äh auf die kurve schade momentan passiert nicht wirklich viel vielleicht sollten wir gleich wirklich mal tauschen tauschen und bürki klärt den ball bürki klärt den ball an der außenlinie da haben sie es tatsächlich versucht aufs tor zu schießen witze ah es war zu leicht nein 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 schnelle umschaltspiel roman bürki es gelingt nicht mehr viel ich denke mal wir sollten mal tauschen es gelingt nicht mehr viel wir bringen vorne auf jeden fall wieder haaland und ich denke mal wir bringen mal Mario Götze für Jadon Sancho ähm ich glaube nochmal wechseln dürfen wir gar nicht oder? Dürfen wir nochmal wechseln? nein ok ich dachte viermal wechseln wäre erlaubt oh 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 Nein, 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 nein. Also Zielwasser haben die heute definitiv nicht getrunken, die Jungs. Schön der Ball. Witze. Er sieht den gestarteten. Mitte, Erding, Haaland. Marco Reus. Der war gefährlich. Da muss er sich lang machen. Vargas. Ah ne, Kubek. Kubek. Wunderbar. Das war ein Ball für einen Torwart. Müssen wir sagen, war ein Ball für einen Torwart. Na ja, 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 ja. Das roch ein wenig nach Handspiel. Ein Wurf Borussia Dortmund. Auf der linken Außenseite. Schöner Ball. Ah, aber es ist zu eng. Es ist zu eng. Viel zu eng. Oh, da hat er sich aber verschätzt. Da hat er sich aber verschätzt. Aber schön geklärt. Nein, 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 nein. Alfred Finn Burgerson kommt für Kaspar Dolberg. Ich habe es noch gesagt. Wenn es so weitergeht, wird es klingeln. Haaland, Haaland, Haaland. Schade. Ah, wieder ein leichter Ball. Ja, Boateng steht da hinten einfach wie eine Bank. Muss man ganz ehrlich sagen. Ah, es ist knapp. Es ist knapp. Es ist knapp. Es fehlt immer der berühmte letzte Meter. Und wieder Boateng. Und da ist das Tor. Wir haben noch davon gesprochen. Mit einem Pass die ganze Abwehr ausgehebelt. Haben sie wunderbar gespielt. Haben sie wunderbar gespielt, muss man ganz ehrlich zugeben. Das war unser Style. Auch dieser Ball wieder. Ah, ja, 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 ja. Man merkt, die Luft ist raus. Man merkt, die Luft ist raus bei der Borussia. Aber 5 zu 1, gleiches Ergebnis wie gegen die Bayern. Eingefahren zu Hause. Ich denke mal, da kann man trotzdem mit zufrieden sein. Obwohl das Gegentor hätte tatsächlich nicht sein müssen. Aber gut. Marco Reus und Co. Lassen sich feiern. Ich denke mal, das Ergebnis geht in Ordnung. Wir geben noch kurz ein Interview nach dem Spiel. Und wollen noch mal gucken. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg als Dortmund-Coach? Da muss er schmunzeln. Da muss er schmunzeln. Jungs haben 100% gegeben. Und mehr kann man nicht verlangen. Mir gefällt einfach die mentale Einstellung. Und ich hoffe, dass wir auch weiter der Fall sein. Sancho hat heute zwei Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Als Schlüsselspieler wird er heute gerade. Insgesund eine tolle Leistung. Wir dürfen uns nicht die Einzelleistung verlassen. Grandiose Auftritt von Jadon. Sancho hat mich heute wirklich beeindruckt. Das war eine super Leistung. FC Augsburg ist Ihnen deutlich unterlegen. Das zeigen ja auch die fünf Tore. Was raten Sie Ihrem Gegner? Einfach nicht nachlassen. Man darf nicht nachlassen. Wo es der Dortmund arbeitet. Der Hartungsergebnis ist der verdiente Lohn. Ich rate dem Gegner, das auch so zu machen. Ich danke Ihnen. Gerne. Und damit würde ich sagen, haben wir den ersten Spieltag erfolgreich hinter uns gebracht. Wir gehen noch einmal ins... In den Posteingang. Hey Boss, danke, dass Sie mir dein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Du bist dein Vorbild. Deine herausragende Leistung, dein Wille zu spielen machen, dich zu einem echten Vorbild. Für deine Spieler. Für deine Mitspieler. Ja. Wir gehen noch mal ein paar Spieltage voraus und würden jetzt auswärts gegen die Geisbergs spielen. Gegen den 1. FC Köln. Wir haben noch eine Mitteilung. Wir schauen noch mal kurz rein. Stillstand bei den Transfers von Alabaq hier. Ja. Was soll ich sagen? Also ich würde jetzt auch nicht gerne in der Norwegen wechseln. Aber naja. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Nächster Spieltag gegen Köln. Sancho erzielt Doppelpack bei Dortmund-Sieg gegen Augsburg. Die Tabelle ist noch nicht aussagekräftig. Auch wie man sieht, Köln steht oben. Also ich sage mal, die üblichen Verdächtigen mit Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Bayern und Gladbach sind schon mal da, wo sie eigentlich hingehören. Wir können ja mal auf die Gesamttabelle gehen. Um einfach mal zu schauen, wie es da aussieht. Dann haben wir auf 6 SFC Kölle. Da spielen wir jetzt gleich gegen Düsseldorf, Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim, Schalke, Hertha, Mainz, Wurzeln und Bremen, Paderborn Union und der FCA. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch einfach mal ein Däumchen da. Schreibt einen Kommentar rein. Wenn ihr noch was sehen wollt, wenn nicht vielleicht den ein oder anderen Wintertransfer vorbereiten soll. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut mit unserer Borussia gegen den 1. FC Köln. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis bald. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.